Huhu Leute, ich bin Flasche und ich möchte euch zu einem weiteren Guild Wars 2 Community Event einladen. Und zwar nächsten Samstag, den 3. Dezember 2022 um 19 Uhr. Da werden wir den ganzen Abend lang für euch den Talwächter töten. Das heißt den allerersten Raid-Boss aus dem allerersten Raid-Wing, ähnlich wie wir es auch schon mit den Wing-4-Bossen, also Kern, Mursad of Seer und Samarok gemacht haben. Wir werden also den ganzen Abend immer wieder erneut diesen Boss öffnen. Ihr könnt einfach in den Squad reinjoinen und wir werden den gemeinsam killen. Am Anfang wird es natürlich auch ein paar Erklärungen geben. Ich habe auch extra dafür bereits schon vor ein paar Tagen ein Talwächter-Erklär-Video hochgeladen. Das könnt ihr auch nochmal in der Videobeschreibung sehen und euch anschauen. Ihr müsst nichts anderes machen als eine DPS-Klasse spielen. Entweder Power oder Condi. Könnt ihr euch selber entscheiden. Ihr müsst euch auch nicht groß dafür anmelden. Kommt einfach an dem entsprechenden Tag, also den 3. Dezember um 19 Uhr vorbei. Im Stream wird das Ganze auch gemacht. Und dann könnt ihr in den Squad reinjoinen. Und wir machen das so lange und so oft, bis jeder, der möchte, auch wirklich durch ist. Das heißt, wer von euch schon immer mal einen Raid-Boss-Kill wollte, kann das gerne an diesem Abend holen mit uns zusammen. Es wird vielleicht nicht alles First-Dry klappen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einige Kills holen werden. Der ein oder andere wird vielleicht den allerersten Raid-Boss-Kill damit holen. Vielleicht mal ein paar legendäre Einsichten dadurch freischalten. Und natürlich auch einige Achievements, zum Beispiel für die legendäre Rüstung. Und vielleicht kriegt er sogar auch Bock, dann regelmäßiger raiden zu gehen. Wer schon bei den anderen Events vorher mit war, bei Kern und Mossad und so, kann natürlich diesmal trotzdem mit. Das heißt, es ist für jeden, egal wen, jeder darf mitmachen, einfach reinjoinen und mitmachen. Ich würde mich freuen, euch da begrüßen zu dürfen an dem Tag. Ich freue mich schon riesig, ich hoffe, ihr auch. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie auch nochmal einen Link zu meinem Discord. Da ist das Event auch bereits schon angekündigt mit einigen zusätzlichen Infos. Auch nochmal natürlich das Talwächter-Video verlinkt, aber auch Links, wo ihr zum Beispiel leicht zu spielende Builds herbekommt, wenn ihr euch ein bisschen für dieses Event oder auf dieses Event vorbereiten wollt. Schaut da also einfach mal vorbei. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann nächsten Samstag um 19 Uhr im Stream und natürlich auch in-game im Squad wiedersehen. Bis dahin, ciao Leute. 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 Vielen Dank.